Er macht verdient einfach, macht verdient. So. Hier arbeitet er zur Zeit? Warum? Wegen dem da, oder was? Weil da so ein paar Bäume stehen, braucht er vier gearbeitet, oder was? Was für ein Witz. Hier ist wirklich... 41 Bären. Kommt lieber Händler. Händler, 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 Händler... Keine zu sehen. Wird eben die Nahrung vorbei bringen jetzt. Tools... Oh, keine Tools... Hm... Werden Blacksmith? Du 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 du... Ich finde die Musik schon schön. Muss ich mal sagen, ganz nebenbei. Und hier... Wir machen immer Alkohol... Oh, ach... Wohohohohohoho... Nice... Wir sollten nur gucken, dass wir nochmal an Alkohol rankommen. Was ich ein bisschen berumatisch vorstelle. Ich weiß... 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 Ja, guck... Strafe... Ich hab die Händler gewählt... Die... Geht... Noch ein bisschen... Achja, die schleppt noch ein bisschen zurück mit sich rum... Ah... Da ist wieder einer woanders zu ist... Scheiße... Wo bleibt der Blacksmith? Ach... Jetzt hinten natürlich wieder... Wie immer... Ach... Ja, natürlich... Das war Stein... Ich dachte das nicht... Das war Stein... Der Blacksmith... Ah... Natürlich... Ich danke den Blacksmith... Also... Das ist nicht viel... Aber... Ich sollte den Blacksmith entscheiden... Aber... Das ist ja nicht viel... Wie sind denn los? Ach... 90... Das sind zwar so Felder... Da haben wir doch bestimmt... 40 Riesen dann im Mindest... Wenn das noch voll ist... Und das... Sollte... Reichen... Für einen Wechseln... Wo geht der denn... An den Straßen oder wo... Klopft mir noch jemand? Ach... Da hinten... Meine Güte... Na... Jetzt... Wär doch fertig... Mensch... Du brauchst keine Prunkstraße... Sondern Feldweg werden... Na bitte... hole... Mit... 241... diese... schon... Nice... Was ist hier... In dem Jahr... ... das ist hier ein... natürlich... Was... auch... ...sonst... Eine Wohnung ziehen. Oh Mist. Erstmal da draußen. Und dann lassen wir den Asphalt draußen. Der Ego wird nicht gefällig wieder transportiert, ne? Doch, tatsächlich. Sehr schön. Achtzig wert. 1.500. 1.180. Nein. Ein Kind von uns. Die Namen. Wurde geboren. Sehr schön. Das ist alles so merkwürdig ein bisschen. Da können wir das jetzt mal anschalten. Ich würde mich bald ein. Oder auf. So. Alles weggeräumt. Die Locks sind fast alle da. Okay, noch 4. Stein. Ja. Eisen. Ja, okay. Jetzt wird es wirklich kalt wieder etwas geruckelt. Ja, natürlich manchmal. Okay. So sieht das schon wieder. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay. Das ist eine 45. Hm. 1 von 8. Ah, ja. Okay. Jetzt müssen wir nach unten und zurück. Die Superarbeiten auch mal wieder unnötig in die Blender. Ja. Ach schon. Ja. Klatsch jetzt die Tools zurück in die. Die Speicher, ne? Ja. Sehr gut. Die Steine sind durch. Ach Quatsch. Komm. Die hat da noch ein bisschen was. Du hast gesagt gegnerscht. Was soll das? Sie muss jetzt zuですか? axisxy Metroid. Ah gau. Uaa. collapse. Ummm. Krisekatet. Die Mängel wird da unten. Es ist zu gut, dass die Mängel wird da unten. Krass. Das ist noch zu geschäftig. Na, den wird der 12 mit. Na gut, hier hinten ist noch nichts, das macht aber noch nichts. Ob es auch gar nichts mit dem Tunnel machen würde. Was ist jetzt hier? Ach, wenn wir weg wollen. Natürlich. Natürlich. Was machst du da oben? Ach, bestimmt die Steine mitketten. To-de-de-de, Mädchen. Die brauchen wir natürlich mal wieder. Na gut, was könnte man denn jetzt noch tun? Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich... Hier so... Hätte ich gedacht, stellen wir einen Brunnen hin so klein. Schauen wir mal so... Steinstraßen? Ich möchte keine Steinstraßen mitnehmen. Ich bin ehrlich. Ja... Hier so... Dördstraßen, was eigentlich Dreckstraßen heißt. Ich möchte das mal... Wenn er eigentlich fällt würde. Also... Einfach... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Was nicht... Und jetzt... Ja... Ich... Ja... Einfach mal was brauchen könnte... Ah, lecker, lecker. So. 34 und 78. Ah, willst du das sagen, dass ich Eisenschwimmel bekomme? Äh, wird diesen Winter nicht zu machen. Das macht man natürlich nicht. Das ist eigentlich zusätzlich doch wieder in diesen kleinen Knutzen. Geht. Funktioniert mal funktioniert. Erstens, jetzt kommt irgendeine Epidemie. Dann war's was. Aber dann wird natürlich noch mal von vorne anfangen. Das ist überhaupt kein Problem. Würde ich auch nicht so stehen lassen wollen, dass dann auf einmal irgendwie so eine Epidemie kommt, wenn es endet. Nein. So lassen wir das natürlich nicht zu Ende. Wenn, dann krepieren alle an Hungen. Und dann auch erst bei der Stadt so ab 100 Einwohner? Nein. Keine Ahnung. Schauen wir, wie weit es geht. Wenn es, ich sag mal, unter 50 Folgen ist. Ich fange nochmal neu an. Ich denke, es kommen über 51 Männer alle ab. Ich denke, es wird noch eine ganze Zeit gehen. Das wird noch eine ganze Ecke. Was für mich nicht schlimm erscheinen. Ich denke, es wird noch eine ganze Zeit gehen. Ich denke, es ist ein bisschen zu Ende. Ich habe noch eine Hunde. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe noch einen Hunde. Ich habe noch eine Hunde. Ich habe noch eine Hunde. Ja, das ist weg. Ich habe noch eine Hunde. Okay, könnten wir hier immer noch ein bisschen planen, wenn wir schon dabei sind. So können wir. Okay. Gibt mir hier noch ein Ohrschadensil. So. Ist okay, denke ich. So rum. Da könnten noch ein paar Häuserchen sind dann. So. Und... Nein, das nicht. So eins. Da kann noch eins hin. Wenn wir dabei sind. Komm. Hier noch eins. Da noch eins. Jetzt ziehen wir gleich noch Straßen mit hin. So. So. Immer hier noch eine Straße lang ziehen. Ups. Die Ecke wollte ich nicht. Zack. Und da. Hm. Warte. Machen wir das. Machen wir hier oben. Zack. Die Dinger können ja richtig groß werden. Wie krass. Wie krass bitte. Oha. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hm. Da könnte man hier auch noch einen kleinen Grund hinbauen, denke ich. So. So. Wenn wir dabei sind. Ja, bestimmt. Fische heute. Fische heute noch ein. So. Schlimm. So. Das könnte noch mehr drauf bleiben, ne. Nein. Verdammt. Genau eins zu wenig. Und da passt kein. Komm mal. Hm. 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 Mal 8, ne. Alter, das war mal 4. Das überwünscht. Das war nicht. So. Darf ich manchmal gucken, wie die anderen sind. Warte mal. Neu, Alter. Naja. Schlimm. So. Machen wir hier hin. Gucken wir nochmal hier. Zack. Und da. Das ist ja vielleicht so. Das ist schon überlebens hin. So hier. Und dann noch. Ähm. Dahin. So. Ich würde sagen, das steht so. Das funktioniert. Okay. Oh. Ich muss sagen, wir expandieren hier schon richtig. Richtig krass. Ah. Guck. Das Lager ist auch endlich weg. Wir können durch die Straße. Tschüss. Es geht doch schon richtig vorwärts hin. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Weil es jetzt so schnell wieder geht. Nice. Abgesehen von der Lage mit dem Feuerholz. Wie sieht es gut aus? Wie sieht es gut aus? Das Feuerholz. Ah. Scheiße. Wir haben mal rein. So den Feuerholz. Äh. So den Feuerholz. Lager, ne? Wir könnten... Ah ne. Da steht der Brunnen. Richtig. Dann... Ist fast nicht. Schade. 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 Dann geht das da hin. Gott sei Dank. So würde da hinpassen. Ja. Ich denke wir brauchen erstmal noch keinen... Zweiten. Wo hast du? Ach. Okay. Wir sind eigentlich nicht zufrieden. Kommt jetzt vielleicht wieder jemand? Wäre schön... Okay. Okay okay. Dann halt nicht. Na gut. Das ist voll ansiedelig, lebendig. 26 Bauarbeiter schon wieder. Alter... So viele Bauarbeiter werden wir im Leben haben, die wir hierfür bräuchten. Das wäre krass. So, und den dann noch so... So, sind wir bei 2 von 2. Das müssen wir hier vielleicht mal durch, vielleicht mal ganz ein bisschen Lageplatz schaffen. Vorbereitung natürlich, Vorbereitung. Wie sieht's denn aus? Steine haben wir wieder immer. Keine? Wir haben echt alle ein paar Steine abgehandelt, dass ich markiert hatte, ne? Ne, wir sind noch nicht mehr. Rotkrieg, ich bin da. Ja, also... Hier gehört etwas zu weit, von der Kälte her. Hilft nichts, wir brauchen Steine. Das hilft nichts, Freunde. Wenn wir Steine brauchen, brauchen wir Steine. Das tut mir ja sehr leid. Ach, hier oben sind auch ein paar, okay. Da klopft die da rum, ne? Jawoll. So. Feuer ist immer noch leer. Da brauchen wir halt immer so einen zweiten Woodcutter irgendwo. Könnte man theoretisch... Das ist hier. Können wir hier mit Stange machen. Das war vielleicht nicht so schlecht. Was soll ich denn so hier hinmachen? So. Oh, Alice Spring. Okay, wir brauchen wieder Arbeiter. Wir brauchen wieder auf den Feldern ein paar Leute. So, um 11. Passt. Hier welche ist weg. Hier noch einen runter. Trailer ist in Arbeit. Leipzig hat Arbeit. Okay. Kommt vielleicht jetzt? Ich weiß nicht, warum ich da nicht gucke. Ich hab mir eh angezeigt, aber ich gucke mal. Ist das trotzdem ganz gerne? Na gut. Gut, jetzt hat sie dann Hammer. Da dürfte es gehen wieder mit dem Führer und so langsam. Na gut, aber lauter und lauter sieht es ja schlecht aus. Da muss ich zugeben. Da muss ich mal mit Eisen wegkloppen. Hier haben wir ein bisschen Eisen. Das kann weg. Das kommt ja wieder weg. Da ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Da geht auch noch ein bisschen weiter. Das ist ja nicht so, dass es nur darum geht, dass wir das Eisen brauchen. Das hat einen kleinen positiven Nebenerfekt, dass es sowieso nicht mehr weiblich gebetet für unsere Kräuterhexen und unseren Wammler. Das hat einen Plan. Okay. 720 Fleisch. Nice. Das ist ja krass. Weißt du was? Das ganze Flasch wird sofort wieder abgezogen mal. Entschuldigung, aber wir machen das mal so offensichtlich, wie es geht. Gerade für Kühe zum Beispiel zum Kaufen halt, ne? Wenn wir Kühe kaufen, dann haben wir nämlich einen unendlichen Flasch zuwächst. Ich denke, da kann man einfach mit der Wammlerflash verzichten. Ich denke, das geht klar. Na liebe Leute, da sind wir da. Na ja, die ist vorbereitet soweit. Da kann man so schnell die Klammer jetzt schon mal drücken. So. Okay. Da kann man so ein großer Stein aus. Da gehen wir hier so. Da muss ich dann noch an den Schrank an den machen. Da können wir dann noch wieder auf den Baum. Später. Alles natürlich, alles in Vorbereitung. Ah, also. Na guck mal, Chrissy has become an adult. Arman has become an adult. Na, geht das so weiter. So. Das ist unbedingt weg. Mach mal rein, mach mal hier. Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Okay. Mach mal rein. Mach mal rein. Mach mal rein. Oh. Da müssen wir so ein paar Steinchen. Ich gucke uns wieder an. Das kann man sagen. Schön. Da müssen wir so ein paar Zeit ausführen. Ja, richtig. Ja, richtig. Ich gucke wieder. Ja, richtig. Ich gucke wieder. 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 Eigentlich würde ich jetzt noch ein Händler kommen. Vielleicht was auch noch eine Zeit. Ich gucke wieder. Ich gucke wieder. Ich gucke wieder. Ich gucke wieder. Null. Gut. Halt nicht. Gut. Ich kann probieren. Ach. Mhm. Ich gucke ich glaube es reicht nochmal die Zeit noch für den Best Job machen. Ich weiß es. Ich werde auch immer noch unendern. Wartcel. 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 Ist hier jemand? Ja, tatsächlich. Ja, sehr schön. Sehr gut. Da kann doch wieder keiner wechseln. Boah, was ist ein Traum. Traum, das hat alles markiert. Vorläufig für die Zukunft. Also die Zukunft planen so ein bisschen. Ach guck, hier hält sich die Beine weg. Alles klar. Jetzt setze ich doch gleich dahin. Umso besser. Sponsorliches wegschleppen. Da ist ein bisschen Holz, da ist ein bisschen Holz. Eisen ist da, ein bisschen Stein, noch ein bisschen Holz. Ah, das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob es da noch Steine rauskommt. Eigentlich nicht schlecht. Da kann man natürlich auch die ganzen Holzsätze, wenn die Steine rauskommt. Das ist kein Problem. Das müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann. Aber weil es halt immer weiter gibt, dass die Wärme halten. Das müssen wir einfach länger speichern, einfach. Was logisch ist. 72%, oh, 92%, 93%, 94%, 95% sogar. 97%, krass, wie geht das denn los? 98%, 98%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%. Na komm, nicht weggehen. Nein, die ist nicht. Verdammt. Mist. Das sieht auch aus wie ein alten Weltrest für ein Eisenbahntgen. Weg. Dann kommt sie wieder raus. So, die Lager sind tatsächlich fertig geworden. Manchmal haben die so ein bisschen Arbeitstüte, ne? So ein bisschen Mutigatorschub und schon geht's los. Guten Elendempfang, ahahaha. Also, Witze. Die sind schlecht. Die sind... Schau da! Na guck mal, hier kommen wir mal angehalten. Oh, war schon angehalten. 41 Einwohner. Darauf kriegen wir erstmal ein Stück. Weil ich noch keinen Hals hatte in letzter Zeit. Vielleicht liegt's auch an den vielen Geräten. Weiß ich nicht. Na gut. Boah, krass. Wie soll sich das ausdehnen? Ich bin fast gar nicht mehr auf die größte Ausdehnung. Krass. Kommt die Händler vielleicht noch? Na, tja, leider nicht. Okay, dann halt nicht. Wie soll ich noch ein bisschen erzählen? Ich wögel. Dann ja ich habe. Kommt die Hände.